Oh! Oh! Meine Eltern! Mübeln, Jokicke! Ja! Hahaha! Alles fit? Ja, muss bei dir! Normal! Ich glaube, ich muss vielleicht auch mal tanken. Was hast du getankt? Ethereum. Wirklich? Nein, egal. E10 nur, das war ja egal. Wohin? Egal, da wo es nicht regnet. Regnet schon? Ja, da sieht es muftig aus. Egal! Hahaha! Wie du denn? Von welchen Rumären hast du gekauft? Was? Von welchen Bulgaren? Ich hab' geschenkt bekommen! Hahaha! 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 Hahahaha! Tiefst! Soll ich dir ein Review machen? Warte kurz, ich muss furzen. Was für Hightech, bist du behindert? Wo ist sie? Hä? Boah, Typs, wann waren die? Lange. Warum hast du eine Taschenlampe dabei? Weil ich keine Aerox hat, weil ich kein Licht habe. Was? Weil ich kein Licht habe. Das ist eine Shan Yang oder so, Sun Yang. Hier haben schon zwei Zuschauer unterschrieben. Der Fischerhut hat er mir geschenkt. Spiegel funktioniert. Du musst immer einen Linksspiegel haben. Nein, ich wurde gestern von der Bullerei angehalten. Direkt vor der Tür von meiner Freundin. Das Ding ist, ich saß vorne so und Noah ist gefahren. Noah ist gefahren. Und ich dachte, die ficken uns jetzt richtig in Arsch. Aber es war nicht so. Egal, weiter geht's. Blinker repariert mit Heißkleber. Der Blinker, der war kaputt, ist nicht so schlimm. Das Schloss ist unnötig. Trinken wichtig, ne? Stay hydrated. Die Batterie habe ich ausgebaut, weil die hat nicht mehr funktioniert. Das war alles Quatsch, weil Gewichtersparnis und so. Das ist meine Tankanzeige, weißt du? Das Reserve. Das ist Reserve. Das... 4 Euro Oil von Action. Wie viel hast du bezahlt? 4 Euro. 4,40 Euro, glaube ich. Digga, ich habe so 6 Ölflaschen davon gekauft oder so. So 6 Euro. Keine Ahnung, Alter. Wann haben wir das Video gemacht? Bestimmt noch 3 Monate vor dem Video mit meiner Aerox. Ach, du hast es in deiner Rocks gefahren? Wie klar. Bodenlos. Digga, das läuft wie in 1, Alter. Oh fuck, das war ein bisschen viel. Und noch ein bisschen hier rein. Wo rein? Ist immer gut so. Das ist Quatsch. Digga, was ist da los? Ich weiß nicht sogar. Unten die Straße war gesperrt, ne? Ja, kann sein. Gestern wurde ich einfach angehalten mit Noah. Ich gebe dem so die Papiere. Mit dem McDonalds Gutschein hier drin. Alter, hat er dich nicht voll blöd angemacht? Nein. Hat er gelacht? Nein, auch nicht. Der meinte zu mir, ob die getunt ist. Ich meinte, ich bin froh, dass die läuft. Natürlich ist der getunt ist. Ja, was gibt es hier noch? Ein paar Zündkerzen hatte ich noch. Das ist nicht schneller als meine Digga. Meine Nöchter waren nur 42. Die läuft 60 bei Grundeimbegrenzer. Ja, also. Die dreht du huuuuuh. Ja, ja. Bei 12.000 halt. Das ist richtig abgefuckt. Hey, man sieht hier Tuning, ne? Weil, Digga, das ist für... Wenn Wind von vorne kommt, ne? Was? Ja, ja. Ergodynamik. Ah, Ergodynamik? Das ist wichtig, weißt du. Ich bin jetzt auch immer dabei, Digga. Ja. Und falls... Du darfst nichts an dem All machen? Nein. Falls mal was abfällt, habe ich noch ein bisschen, weißt du. Wir können ja, damit es ein bisschen stinkt. Nein, nein, nein. Vertrommel, vertrommel. Jetzt sind mal Steine rein. Alter, guck mal, das geht direkt ab. Vertrommel, vertrommel. Ich brauche was zum stopfen. Was passiert da, na hallo? Ich muss noch nach Hause. Hier ist Klebebandfach. Tschsch. Klebebandfach. Ja, Mann. Was ist denn da, Junge? Was ist das für ein gottloser Schlüssel, Digga? Das ist Haustürschlüssel. Wie vorher. Ich dachte da raschelt was. Wie vorher. Hallo. Lass das. Die dünge nicht alle, oder? 28er Vergaser, ne? Nein, nein, 29. Flachschieber. Keramik werden sie, ne? Dings von Musterfahrer, von Porsche, weißt du? Eben bin ich damit auch ein bisschen durchs Feld geheizt. Deswegen liegen hier noch so, sind diese, weißt du? Digga, da stehen die Kopfs, bist du behindert? Egal, die sind im Einsatz. Ich kann da jetzt hier nicht durchs Feld erhitzen. Ach Digga. Wer, Digga. Digga, der will irgendwas Chips, Alter. Schmecken die noch? Verpiss dich. Möchtest du auf dem Roller unterschreiben? Ja. Bananenfett. Bananenfett? Bananenfett. Was laberst du? Keine Ahnung, ich hab irgendwas drin geschrieben. Meines Hürzen. Du hast auch Klebeband dabei. Ganz ölig. Dicke Ölspur? Ich glaub schon, ne? Lass mal driften. Boah, dicke Ölspur. Meine Bremse ist zu schwammig. Das ist Baba. Sind da Schafe? Dann hörst du auf beim Rauchen. Ja, hab ich schon. Ich frag dich ja auch nicht, wann seid ihr nicht mehr zusammen, so und deine Freundin. Hä? Oder, sag mal nicht. Entschuldigung. Oder, das ist so eine fette Garo. Hast du Bremsscheiben? Nein, hör mal auf. Bist du krank? Behindert, hör auf. Ich hab's einmal beim Fahrrad gemacht, aber die Bremse gekütscht haben. Neun oder so, aber ich dachte, das bringt was. Hat nicht mehr gekütscht, aber auch nicht mehr gebremst. Oh mein Gott. Nur mal zum feststellen, ne? Das ist eine Garo. Ich kiffe nicht. Ich hab immer noch Steine im Auspuff. Egal. Wow. Kann was brennen? Ich weiß nicht. Deine ist zu schön dafür. Meine ist eine richtige Bitch. Deiner kriegt Dauer auf die Fresse, denn. Ich meine, er ist nicht. Deine ist nicht. Da war ich nicht. Deine ist nicht. Ich muss nichts. Geber sein, ich Sie nicht. Der Knie ist. Du bist ja. Ich bin sicher. Wie schon gut. Ich kann mich nicht. So. Das ist alles. Ich bin nicht. Reicht, reicht, reicht! Reicht! Also, Bruder! Film mal, film mal! Nein! Bruder, der ist bisschen warm. Alter, der hat aber schön gequemmt, Dinger. Ich schwöre, der hat schön gequemmt, Dinger. Der ist bodenlos, mein Reifen jetzt. Wir müssen ein neues Profil reinbrennen. Bruder, der hat so behindert gequemt, guck mal da, Dinger. Bruder, der hat richtig hochgequemt, Dinger. Aber ey, der hat Maschallah gequemt, ich schwöre. Jetzt habe ich keinen Hinterreifen mehr. Wie der aussieht. Der hat so massiv gequemt, Dinger, geil. Komm, wir fahren. Der hat ultrageil gequemt. Oh mein Name, geil. Bruder. Also, du kannst jetzt dein Roller hier stehen lassen. Also, du kannst jetzt dein Roller hier stehen lassen. Dann fahr vor. Geht das hart noch? Geht. Doch, ist schon hart. Drennest du? Geht das? Geht das? Geht das? Nein, hier, hier, hier. Oh, ich muss irgendwas verloren. Geht das. Nein, hier. Bryg, Cloud, 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 Cloud. Ja. ờere Gitarren, Krymente. Und jetzt geht das gleich. Das ist die schwierigste Stelle. Niemals Gas loslassen! Astaghfirullah! Scheiße! 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 Ich bin hier hängen geblieben. Ich hab die Kurve zu sehr geschnitten. Bruder, ich bin hier so durchgeflogen. Ich auch. Ich hab die ganze Zeit meine Beine so hoch gehoben, weil da die ganze Zeit so brennt. Scheiße! Ich weiß. Ich hab die Beine so übel hochgerissen. Halt mal fest. Okay, wir können weiter. Was machst du, Digga? Kleines Erste-Hilfe-Kit. Digga, hier komm ich mit der Cross, Digga. Mit so einer 50er. Mit so einer SX50, Digga. Weißt du? Ja, oder so eine, diese Honda 110er. Diese Viertakter, die etwas größer ist. Mit Schaltung. Ja, aber Digga, oder die 65er von Max. Alter, Scheiße. Ich glaub wir müssen fahren. Links. Digga, einfach ein See. Oh, da sind Enten. Alle meine Enten. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Was? Hä, helf dich, Digga. Willst du baden? Was? Willst du baden? Nee, du? Ja. Reicht. Sollen wir anfangen, den Helmfach tun? Hast du noch Platz im Helmfach? Ich schieb kurz raus. Egal, wir quetschen, das passt. Hehehe. Hahaha.